Und even though you're scared, you're stronger than you know. If you lost out where the lights are blind and caught, and all the stars are hiding, that's what song the wild calls you home. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist das jetzt der erste Teil, quasi die Auflösung von meiner Moderatorenverlosung. Ja, wir sind hier gerade auf einem Zufallsgenerator, wo ich jetzt die YouTube-Kommentare auslösen werde. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich glaube, ihr seid es auch. Es sind 71 Kommentare, davon sind ein paar, die was doppelt geschrieben haben. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt sehen, wer es gewinnen wird vorab. Das ist natürlich jetzt keine besonders große Verlorung. Denn zum Beispiel eine PaySafe-Kartenverlosung plane ich für das 2000-Abo-Special. Das dauert aber noch eine ganz schöne Weile. Das wollte ich nur kurz nochmal ankündigen, damit ihr euch jetzt nicht wundert und denkt, ich mache nur so Mini-Verlosungen. Nein. Wie gesagt, ich verlose zwei Moderatorenplätze und ich würde sagen, wir klicken jetzt mal auf Randomly Pick Winner. Und derjenige wird dann als erstes Moderator. Du musst dich dann einfach in einen meiner Streams melden und sagen, hey, ich bin derjenige, der die Moderatorenverlosung gewonnen hat. Ich würde gerne jetzt meinen Platz einnehmen und dann mache ich dich sofort zum Moderator. Also, Randomly Pick Winner. Wie gesagt, ich teste euch beide, die gewinnen werden oder dann gewonnen haben. Und gucke, ob ihr gute Moderatoren seid. Wenn das nicht so ist, wähle ich selbst einen aus. Und ihr verliert den Titel wieder. Aber okay. So, dann fangen wir mal an. Jo. Und zwar ist der erste Moderator, die Anastasia Woodhill. Hey Chrissy, ich möchte gerne Moderatorin werden, da ich dich mega cool finde und deine Videos vergöttere. Hab dich mega lieb und herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abos, obwohl du eigentlich eine Million Abos haben solltest. Liebe Grüße, Anna. Dankeschön. Und Glückwunsch an dich, Anastasia. Du bist jetzt einer meiner Moderatoren im Livestream. Wie gesagt, melde dich einfach in einem Stream und dann mache ich dich sofort zum Moderator. Gut. Das war jetzt der erste Teil und jetzt kommt der zweite Teil von diesem Video. Und zwar der zweite Gewinner. Trommelwirbel, nett. Einfach los. Und zwar als zweites hat gewonnen die Lisa Medovsky. Hi, ich möchte so gerne Modi sein. Und bin sehr aktiv. Sei die besten YouTuberin der Welt. Hashtag sehr aktiv. Ich gebe dir nie was. Tja, meine liebe Lisa, jetzt hast du auf jeden Fall mal einen Moderatorenplatz gewonnen. Wie gesagt, auch dasselbe wie bei der Anastasia. Melde dich bei mir. Und dann mache ich dich sofort zum Moderator. Dann danke ich euch ganz herzlich an jeden Einzelnen von euch fürs Mitmachen. Ich habe euch ganz tolle lieb. Danke euch, dass ihr mit daran teilgenommen habt. Und seid bitte nicht allzu enttäuscht, wenn ihr das nicht gewonnen habt. Wie gesagt, es war nur eine kleine Verlosung. Und beim nächsten Mal kommt dann etwas Größeres. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020